Hallo und herzlich willkommen zu unserer Mini-Meditation. Fünf Minuten in der Stille sein und du gehst entspannter in den Tag hinein. Es geht darum, einfach bei sich anzukommen, loszulassen, sich selbst spüren zu lernen. Ja, also raus aus dem Stress, mehr in eine innere Gelassenheit. Heute machen wir wieder eine Übung, bei der es um das Spüren geht. Und zwar machen wir das so, dass wir heute eine Hand auf dem Bauch legen. Also du nimmst jetzt deine Hand und legst sie auf deinen Bauch auf und hältst dort mal fünf Minuten die Hand auf. Die Schultern hältst du dabei ganz locker und spür mal in dich rein, also in deiner Bauchnähe, was nimmst du für dich wahr. Vielleicht spürst du, dass du ruhiger wirst. Vielleicht spürst du die inneren Organe, wie sie sich entspannen. Vielleicht nimmst du auch was ganz anderes wahr. Ja, probiere es einfach mal aus. Wir beginnen. Setz dich dazu aufrecht hin, Schultern ganz locker nach hinten und nach unten. Die eine Hand liegt auf dem Oberschenkel auf und die andere Hand hältst du jetzt auf deinem Bauch. Und dann schließe deine Augen. Atme entspannt ein und aus. Komm bei dir an. Und dann geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Bauch. Und spür mal, was du dort so wahrnimmst. Und dann geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Bauch. Und dann geh mit der Aufmerksamkeit zu deinem Bauch. Vielen Dank. 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 Atme tiefer. Öffne deine Augen. Vielen Dank. Egal, was sich gezeigt hat, es gibt kein richtig und kein falsch. Ja gut, dann wünsche ich dir heute einen entspannten Tag. Bis zum nächsten Mal. Und dann ist es, dass du, wenn 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 du, tschüss, tschüss. Tschüss.